Hallo, da sind wir wieder bei Manhunt und wie der ein oder andere in der letzten Folge gesehen hat oder in der vorletzten Folge gesehen hat, geht es jetzt darum, es sind Familienmitglieder dabei und das Problem ist halt, dass die Steuerung erstmal total scheiße ist, aber das warte ich schon immer und wir das Problem haben, werden wir erwischt, stirbt entweder der Vater oder die, ich glaube, das war die Mutter und das wollen wir ja natürlich nicht und da kommt schon das erste Opfer wie gesagt, wir werden die ganz schnell umbringen weil ich habe keinen Bock auf Sprenzchen oder doch? ja doch kleiner Wichser du ähm nie, oder? mach Hete? nein, nehmen wir nicht so, was haben wir da? ist das ein Wichs hier in dem Spiel naja, okay okay okay, da ist keiner wo müssen wir hin? oh, da ist ja einer shut the fuck up mehr du Drecksack dein Arsch gehört mir ja, ich könnte jetzt eine Pistole nehmen ist ja schon verführerisch aber dadurch werde ich, glaube ich, erkannt und, äh das schenken wir uns komm her du Drecksack komm schneller Junge nein, der will nicht ah, der kommt doch kleiner Wichser nicht mit meiner Familie du Baum warte ab, Junge da, 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 da da, 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 da so, da können wir wieder die Machete nehmen machen wir aber nicht genau ähm soweit ich weiß kann man die befreien und soweit ich weiß brauche ich eine Machete dafür äh da, da, da das nehmen wir natürlich direkt oh, shit shit, shit, shit ah, lass den Wichser mal hier hinkommen kleiner Hundesohn kleiner Hundesohn wo gehst du lang nein shit shit der hat uns aber nicht gesehen okay ich glaube, das funktioniert doch ein bisschen anders was warte ab, Junge so, Junge nicht mit mir wir nehmen ähm direkt mal die Machete und befreien unseren äh ist das der Vater keine Ahnung auf jeden Fall befreien wir den mal dann haben wir eine Sorge weniger so das ist ja auch schon mal super ähm ja Tote okay keiner halt die Fresse ah guck mal guck mal von wo die kommen ey das ist doch unglaublich aber äh ich glaube ich bin hier richtig ah wir warten noch ab bis er kommt ah die Fresse Junge und dann machen wir den machen wir den Pipi Mann platt guck mal der kommt da ja 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 trink dir einen Whisky yeah oh guck mal der hat eine Schrotflinte oh du Missgeburt du Dreckst Typ dafür dass du eine Schrotflinte hast kriegst du den härtesten Kill so man ist platt und wir haben ach das ist ein Betäubungsgewehr ja gut okay ist nicht schlimm ich gehe mal jetzt davon aus wir sind hier richtig okay es ist keiner da wo sind die alle ähm ich glaube wir sind hier falsch wo muss ich denn hin alter oder äh muss ich mir das brecheisen wiederholen oder wir könnten den kopfgrad nehmen aber nee komm wir nehmen mal äh das brecheisen oder muss ich hier lang ich bin mir nicht sicher komm wir nehmen die machete wieder da ist das scheiße äh tust du auch mal die Waffe wechseln drei schuss so also ich ah guck mal hier hier geht's also weiter oder es ist aber oh zwei Mann direkt shit ähm ich würde sagen wir warten mal kurz guck mal von da kommt der wichser ja warte ab mit dem machen wir kurz einen prozess so ich will nicht tauschen oh 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 lauf lauf weiter komm wir testen einfach mal die Waffe und und ich glaube die war jetzt nicht so gut oder ich muss das anders machen aber egal platt ach Mensch ich verabscheue ja Spiele wo Gewalt drin ist ja ja ähm wir gehen einfach mal da hin wo es weiter geht wir rennen mal da hinten in die dunkle Ecke ähm ich muss dazu sagen ich habe glaube ich noch nie beide gerettet haha wie der Zufall will lauf du Idiot ja ähm tolle Aussage aber ist okay so da ist keiner wo sind die denn hä hier waren wir also schon das heißt vielleicht müssen wir ja doch nach unten ah ähm und jetzt gut folgen wir einfach mal dem Pfeil das Tor geht wenigstens auf das ist schon mal gut und wir können hier speichern wir speichern auch direkt ne bevor das Spiel wieder abkackt ja ihr kennt das ja ist halt ein etwas älteres Spiel so hier hört man uns natürlich nicht ich verstehe das nicht ähm ja wo ist der Typ ich glaube hm wo ist der der läuft hier glaube ich irgendwo rum und ist der Typ ähm ich will da nicht rein da war irgendwas ich weiß es noch jetzt kommt er jetzt kommt er er kommt zu Papa komm schneller zu Papa und er hat eine Pistole und gleich keinen Kopf mehr ja traurig traurig gehen wir mal hier durch ok da ist nix oh ich weiß gar nicht mehr genau wie viele wir retten müssen aber ich gehe mal davon aus ähm das ist die ganze Familie so jetzt müssen wir aber mal gucken der da hinten hört uns nicht scheiße ah ich glaube die ist bei mir immer abgekackt ja ich glaube ich glaube so war das so lass uns mal gucken wo müssen wir lang da sind Medikamente ok man hört das nicht ja komm verdammte Unzucht jetzt kommt da jetzt kommt da dein Todesurteil ah scheiße die kommen zu zweit aber der andere hat das nicht mit bekommen gut na komm mach hinten man geh doch ein bisschen näher ja genau nein verdammte scheiße ähm werde ich von zwei leuten verfolgt und ich weiß dass wir das nicht schaffen werden oder doch glück ähm wie hat der mich jetzt gehört hat wow wir warten mal kommt da ok super so direkt mal platt gemacht ähm kriegen wir den anderen hier hin ah schade heißt eigentlich wir sind ganz gut dabei wichser da ist ja einer ich will sie mich verarschen er kommt das ist schon mal gut doch ich bin freundlich warte ab Junge trau dich wenn du Mann bist back up guys he's waiting for us should i even bye